Und Ihre Kollegin von den Grünen ist am Weg zum Pult, Sibylle Hamann. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Bundesminister, der Kollege Brückel hat das ein vollgepacktes Paket genannt. Das ist völlig richtig. Da sind einige Dinge drin, verschiedene Dinge, gute, wichtige Dinge, notwendige, die wir jetzt auf den Weg bringen. Ein paar Stichworte sind schon gefallen. Erster Punkt, wir schaffen hier eine Rechtsgrundlage für das E-Learning. Das hat Corona erzwungen. Das haben wir uns nicht unbedingt ausgesucht, aber es war sinnvoll und es wird bleiben. Zweiter Punkt, Erleichterungen bei Erasmus+, das erweitert die Mobilität von Studierenden, auch von Schülerinnen. Auch kurzfristig müssen wir halt darauf warten, dass wir wieder reisen dürfen. Stichwort Matura, auch das ein Punkt, den hat uns Corona quasi aufgezwungen und Entwicklungen beschleunigt. Es ist eine sinnvolle und gute Neuregelung, dass wir jetzt die Leistungen der achten Klasse einbeziehen. Das ist eine Regelung, die auch bleiben wird, weil sie sich bewährt hat. Und ich möchte den Kollegen Brückel da hingegen berühren. Ich glaube, das ist keine Amputation, sondern eher eine Wellnesskur für die Matura. Ja, Stichwort Nost, da freue ich mich sehr über den Enthusiasmus der Kollegin Hammerschmidt, den ich teile. Da haben wir ein bisschen aufgeräumt auf einer Baustelle, die schon lang bestanden hat. Ja, und da möchte ich noch auf ein wichtiges Detail hinweisen, das mich ähnlich wie die Kollegin Hammerschmidt besonders freut, dass wir da jetzt im kommenden Jahr tatsächlich die Tür zu einer echten Modularisierung und Individualisierung aufmachen. Und da möchte ich ganz herzlich ausdrücklich die Novi-Schulen in diesem Land grüßen, die hier ganz jahrelang wichtige Pionierarbeit geleistet haben. Dieser Schulversuch wird jetzt ins Regelsystem überführt und wird hoffentlich dann in Zukunft von ganz vielen anderen Schulen nachgemacht, auf das viele Jugendliche ähnlich spannende Erfahrungen machen können, wie an diesen Schulen bisher schon passiert ist. Insofern, deine Freude ist ganz meine Freude darüber und ich glaube, es ist auch die Freude des Bundesministers. Herzlichen Dank. Große Freude, wenn erfolgreiche Schulversuche ins Regelschulwesen übernommen werden. Sibylle Hamann von den Grünen war das.